Ich rauche mein Weed und sehe Palmen aus Plastik. Ich mache es wie 187 und keiner kann mich verbieten. Wollt ihr gerne so wie Cesco sein? Wollt ihr gerne so wie Cesco sein? Ich glaube, es wird mir so übertrieben. Ich mache es wie 187. Keiner von euch kann mich kriegen und überall sehe ich nur diese Parasiten. Ich weiß ganz genau, ihr wollt gerne so sein. Da kommt alle her und schenkt das Mic. Wie gesagt, ich bin brutaler als ihr denkt und ich komme jetzt wie Eminem. Und ich gehe meinen Weg, doch für mich ist es niemals nie zu spät. Ich bin die Nummer 1, weil ich einfach nur die Texte schreibe. Ich rauche mein Weed. Und sehe Palmen aus Plastik. Ich mache es wie 187 und keiner kann mich kriegen. Wollt ihr gerne so wie Cesco sein? Dann kommt alle her und schenkt das Mic. Ich rauche mein Weed. Und sehe Palmen aus Plastik. Ich glaube es mir, ich laufe keinen Scheiß. Und deswegen bin ich für den Kampf bereit. Könnt ihr das jemals so wie ich? Ja, so wie ich? Vielleicht zwölf Millionen Klicks? Was denkt ihr über wer ihr seid? In Wirklichkeit bin ich jetzt für den Kampf bereit. Und ihr da draußen seid ihr alle scheißegal. Guckt mal, heute rapp ich international. Und ich komme jetzt hier wieder. Ich komme wieder, wieder. Geh den Weg des Kriegers. Und ich bin jetzt wieder da, da. Komm mal zu, vielleicht werde ich Movie Star. Und ich rauche mein Weed. Und sehe Palmen aus Plastik. Ich mache es wie 187. Und keiner von euch kann mich jetzt hier verbieten. Wollt ihr gerne so wie Cesco sein? Dann kommt alle her und schenkt das Mic. Ich rauche mein Weed. Und ich mache Palmen aus Plastik. Das war Cesco mit Palmen aus Plastik. So wie 187. Ciao.